Aber was genau passiert bei der Balance-Methode? Durch die Balance-Bälle werden benachbarte Wirbelkörper sanft auseinandergezogen und dadurch kommt es zu einer Streckung von bis zu drei Zentimeter der gesamten Wirbelsäule. Das heißt, es gibt eine Dekompression. Was bedeutet das? Der Druck auf die Bandscheiben wird verringert, auf die Nervenbahnen und auf die inneren Organe. Schmerz kann nachlassen und auch die Sauerstoffaufnahme und Nährstoffaufnahme kann erhöht werden und die Giftstoffe und Schlackenstoffe damit besser abtransportiert werden.